So, und jetzt noch ein paar Echos verfolgen. Na, warum nicht? Oh, jetzt genau weiß, dass die hier auf dem Boden liegt, solche bösen Leute in sich trägt und nicht die zehn anderen. Oh, nee. Ich muss hier rein. In die böse... Oh, da hinten patrouilliert mal so ein Großer. Na, das soll er gerne machen. Dann will ich hier doch rein. Bitte, bitte. Und schnell. Oh, hier sind aber ein paar Leute, die wollen mir nichts Gutes, habe ich das Gefühl. Pju. Darum geht's weiter. Dann nach da, dann nach da, dann nach da. Der teleportiert sich aber ziemlich schnell umher. Oh, hi. Du hast ja aber gut getan, neben diesem grünen Container. Respekt. Kick, 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 kick. Na, jetzt noch mal. Kick. Der steht vor der Tür. Kick. Da unten lang. Ich kriege immer die tollsten Aufgaben. Ich kriege immer die tollsten Aufgaben. So gern hatte. So gern hatte ich noch nie jemanden in meinem Leben. Den ich noch nicht kannte. Hm. Naja. So, was auch immer versteckt heißt. Nicht, dass ich ja wirklich jeden Zentimeter abkrauchen muss. Und dann springt irgendwo mal einer aus der Decke. Da hinten ist doch einer. Und das war einfach. Juhu. So, der war aber auch nicht gerade weit entfernt. Wumms. Naja, ist ja gut. Oh, tot. Gut. Wirklich gut. Brauchen noch ein bisschen Strom. Beziehungsweise weniger Strom als Lebensenergie. Und die kommt ja langsam wieder. So, einer fehlt noch. Und ich komme jetzt hier auch nicht mehr so einfach hoch. Na, dann gehen wir zu Fuß weiter. Also wir gehen eh zu Fuß weiter, aber. Und dann halt diesmal ohne Überblick. Hier nix. Da nix. Ich muss auch hier nach oben. Hm. Was ist denn hier los? Warum kann ich denn hier... Also, obwohl ich hier drauf langlaufen möchte. Ich drücke jetzt nach vorne, ja. Und er geht zur Seite. Ich drücke nach vorne und er geht zur anderen Seite. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und selbst hier drauf kann ich mich nicht ordentlich bewegen. Hallo. Hallöchen. Dann fliege ich halt weiter. So. Das geht nochmal. Ich kann hier nicht auch auf den Dingern oben balancieren. Er geht immer wieder... Also. Was ist denn das für ein Bug? Und jetzt bin ich unten. Manchmal ist es komisch. So, jetzt geht's wieder. So, wo soll jetzt noch der dritte sein? Mach doch mal hier ein bisschen... ...Bambule, damit ich höre, wo du bist. Ich fliege jetzt hier lieber weiter. Fliegen und springen. Fliegen und springen. Er konnte da oben irgendwo sein. Vor allem, weil hier unten nichts weiter passiert. Außer... Oh, jetzt kann ich wieder normal laufen. Interessant. Tja. Ich hab gewusst, dass die Mission länger dauert. Tja, da hier keiner auf mich schießt, denke ich wirklich, dass er da oben wahrscheinlich irgendwo drin ist. Na, dann nichts wie rüber da. Wobei so ewig hier halt auch der Umkreis nicht mehr geht. Aber er müsste ja sich dann hier befinden. Hm. 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 Tja, vielleicht auch woanders. Konnte ich mit meinen Stromkräften irgendwie Gegner finden, lieber? Oh doch, da war doch gerade was rotes. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, dann sprült zurück. Dann geh ich nochmal hin. Ich würd gern zurückspulen. Da. Da war's schon wieder. Ach so, na toll, das ist das hier. Ja, das sind die hier. Hilft mir nix. Ich hätte gern eine Bösewicht Suchsicht. So wie in Batman. Ja, ich hab in der letzten Zeit vier Batman gespielt. Erst Arkham City, dann Arkham Asylum. Ja, und ich weiß, das ist die verkehrte Reihenfolge. Aber Steam hat es mir nur mal in der Reihenfolge runtergeladen. Was soll ich machen? Und ja, sehr, sehr gute Spiele. Habt leider gehört, dass Arkham Origins da nicht so gut sein soll. Kann mir kein Urteil zu bilden. Hab's nicht gespielt. Wollt's mir eigentlich kaufen. Im Amazon Cyber Monday. Da gab's die Special Edition. Und ihr kennt mich ja. Ich mag Special Editions. Oh, verdammt. Äh, sehr. Aber hab dann die Zeit verpasst. Und dann war's natürlich schon weg. Also gut, nehm ich an, dass es weg war. Möchtest du sagen, ich hab nicht nachgeguckt. Aber ich hab erst anderthalb Stunden später reingeguckt. Und so wie ich die Angebote von Amazon Cyber Monday kenne. Tja. Hätte ich da nicht mehr viel Chancen gehabt. Dementsprechend weiß ich nicht mal für wie teuer sie es dann nur schlussendlich verkauft haben. Aber na, vielleicht war's ja wirklich nicht so gut. Ist es wirklich nicht so gut. So, genug gelabert hier. Ich find den letzten nicht. Was nu? Was nu? Was heißt, ich bin überall oben rumgekochen. Da muss ich halt unten rumkrauchen. Und hoffen, dass er irgendwo aus dem Tisch springt. Tja. Hallo. So ein bisschen Lärm machen. Ein paar Explosionen hier und da. Sollen ja auch Wunder wirken manchmal. Das wär cool, wenn der jetzt einfach tot gehen würde, wenn ich ihn voller bestärte. Wunschträume. Und weiter auf dem Boden lang. Kann ja eigentlich nur unter so einer Überführung hier stehen, wo ich ihn von oben nicht sehen kann. Aber ist halt hier auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Was soll denn noch sein? Kann man draußen rumstehen? Falls dieser Umkreis bis nach draußen erstreckt und die zufällig positioniert werden, könnte das natürlich passieren. Ist da draußen jemand? Aber nicht so aus. Hier kann ich ja schön rausgucken eigentlich. Doch, da ist er. Wunder, wunderschön. Wir kommen jetzt am besten noch raus. Naja, mal gucken. Tja, zufallsbasierte Spielprinzipien können natürlich zu unerwarteten Ergebnissen führen. So. Und adiup. Jawohl. So, hallo. Versteck. Mann. Wie ich dich ab sofort nennen werde. Ach, gut. Und ich muss nicht nochmal nach drin. Um der Leiche, was weiß ich, Tribut zu zollen oder so. Ah. So. Fein, fein, fein. Das soll es für heute gewesen sein. Es war sehr, sehr lustig. Und ich bin fast auf komplett infamous gekommen. Schön, schön, schön. So, beim nächsten Mal holen wir uns die Waze 4. Das wird echt spannend. Das kann ich echt sagen. Also da steht uns so ein kleines Schmankerl bevor. Und auch mir. Denn ich bin sehr gespannt, wie die Story sich jetzt auf der bösen Seite entfalten wird. Gut. Soviel dazu. Hier rennen sie alle weg. Und ich auch. Ah. Euer Chaos sagt. Tschüssi. Und abtauchen. Jibbi.